Du hast dir das einfach programmiert, das ist ja so das, was ich im Mentaltraining, das habe ich ja jahrelang schon gemacht, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte halt selber lernen, wie man das weitergibt. Und das ist halt das mit den Bildern, das mache ich halt ganz, ganz stark. Also bei mir ist es sowieso, ich bin da sehr, sehr, sehr visuell, also ich kann mir da sehr, sehr viel vorstellen, auch bildhaft und das mache ich eben auch beim Mentaltraining. Und natürlich habe ich zum Beispiel die Paralympics, die Goldmedaille, ich habe das dann immer wieder mir programmiert neu und immer wieder hochgeholt und so. Und ich glaube, das war dann auch einfach so, das musste dann einfach passieren.